So, leg sie in ein feuchtes Tuch und halte sie kühl. Nimm dann zwei Rebhühner, am liebsten junge Rebhühner, die ein schönes Leben haben. Lass sie ein wenig... Georgie, deine Geschwister erzählen dir eine Geschichte. Oh, was ist meine Geschichte? Georgie, das ist eine Geschichte über den Krieg. Hat mich hier im Kopf vielleicht meine Geschwister gesehen? Auf den ewigen Frieden! Ich bin kein Soldat. Ich bin der Koch Tortot und ich biete ihnen gerne meine Dienste an. Wo ist denn der Chef? Ich habe das Herz von einem Fisch. Willst du schon mal einen Fisch weinen sehen? Untertitelung.ohl